Jana, Elefanten und Exoten im Zirkus Krone. Janas Verwandlung zum Manegenstar. Kopfschmuck für die Vorstellung. Vor der Vorstellung müssen sich die Elefanten warm machen. Reine Vertrauenssachen. Jetzt, anstatt in den Stall, gleich in den Paddock. Abschließende Gehorsamsübung. Nächster Morgen, Kamele und Zebras. Zebras sind äußerst sensibel und reaktionsfreudig. Bei Jana gehen sie wie die Lämmer. Gehorsamübung. 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 Begüassen. Gehorsamübung. Feuert raiseera bowen. Gehorsamübung. Verworte English. Gehorsamübung. Vielen Dank.